Der Transitverkehr in Niederösterreich von Ost nach Südeuropa ist enorm. Im Vorjahr haben polnische, ungarische und slowenische Lkw zusammen fast 45 Prozent der Transitfahrten durch Niederösterreich ausgemacht. Insgesamt ist der Straßengüterverkehr im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das Transportaufkommen in und ausländischer Gütertransporte sank um knapp 4 Prozent auf rund 570 Millionen Tonnen Güter.